Roland hat bestimmt die Viecher eingefangen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn er es wieder vermasselt hat, kann er sich seine Waffe als Kaffee aufbrühen. Und da braucht er nicht mehr zu mir andrennt. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Roland? Was ist so geil, was ist hier los? Roland! Roland, wie zur Hölle sind Sie in diesen Käfig gekommen? Was sollte es überhaupt? Und warum sitzt dieser hässliche, glatzköpfige T-Rex vor dem Käfig?